Hallo zusammen, grüßt euch. Nächster Trailer. Ich habe bei Games of Truth heute auch einen interessanten Artikel, ein interessantes Video gesehen, dass man jetzt neuerdings auch auf einer Seite Menschen möglicherweise denunzieren kann, anschwärzen kann. Es geht um Hassmeinungen melden im Internet und darüber geht es dann im nächsten Film, im nächsten Hauptfilm. Ich hoffe, dass ich die Verena nachher noch via Skype reinbekomme. Müsste hinhauen. Sie hat gesagt, es könnte klappen. Also okay, dann schaut euch das doch dann bitte bei VK an oder bei Bitshoot und wenn ihr es bei Wake News TV anschaut, dann guckt bitte, dass ihr den entsprechenden Link, den ihr in die Browserzeile kopiert habt, dass da keine Leerstelle drin ist, denn nur so funktioniert der Link. Dann viel Spaß im Hauptfilm. Tschüss.